Abirusch 16 heißt das Motto der Schulhof-Abschlussparty der Abiturienten des Luther-Gymnasiums in Hartha. Die Schulhof-Party am letzten Schultag der Klassen 12 hat am Martin-Luther-Gymnasium schon eine langjährige Tradition. Die unteren Schuljahre freuen sich über zwei unterrichtsfreie Stunden. Empfang der drei Tutoren Gloria Bezold, Gabriele Dietze und Thorsten Kittler vor der Partybühne auf dem Schulhof. Marlies Böhme und Theo Sonntag haben wortgewaltig als Moderatorin die Programmfäden in der Hand. Zum Gaudi der Schüler agieren die Lehrer bei den kleinen Spielchen, die sich die Abiturienten für sie ausgedacht haben. Jeweils eine Mannschaft der Lehrer und der jüngeren Schüler wetteifern miteinander. Jetzt aber zunächst ein Dank von den Mitgliedern der Thorsten-Kittler-Gruppe. Herr Kittler, wir danken Ihnen für zwei wundervolle Jahre, die immer kalt und teilweise auch teuer waren für einige. Und haben ein paar kleine Geschenke für Sie. Ja, eine Opernkarte für die Semperoper zu Ihrem Lieblingsstück. Sie dürfen raten. Haus! Genau, zur Premiere, wie ich gehört habe. Ja, genau. Und die bekommen Sie noch von uns, sobald die Post sich noch ausgenähert hat. Das alte Kindergeburtstagsspiel ist ein weiterer Programmpunkt. Natürlich sind die Schüler die schnelleren Schokoladenesser. Bei uns gibt es keine Verlierer, es gibt nur Gewinner. Deswegen einen Applaus an die Schüler und die Lehrer, die hier mit sich haben. Tutorin Gloria Bezold soll zeigen, wie gut sie Schüler und Kollegen kennt. Als elfte und letzte Aufgabe, vielleicht ein bisschen schwierigere, ein Lehrpersonal, die die Intelligenz im Namen trägt. Ich denke, da fällt uns gleich jemand ein. Weisheit, richtig. Unser Schuldirektor. Einen großen Applaus, bitte. Dann Dankesworte und ein Geschenk an die Tutorin. Wir wollten dafür bloß Dankes sagen, dass wir uns zwei Jahre mit wirklich mit mütterlicher Fürsorge, aber auch mit erzieherischer Strenge. Das darf man nicht vergessen. Wir haben das Erwachsene Leben vorbereitet. Ein Dankeschön auch an Tutorin Gabriele Dietze. Und auch dafür vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe und alles Kommen dran. Applaus bitte. Drei, zwei, eins. Die Sportlehrer müssen sich nun einem Test unterziehen. Liegestütze mit Klatschen. Wer schafft die meisten? Ein Tanz mit Doktorhut rundet die Abschlussparty 2016 auf dem Schulhof ab. Zwölf Schuljahre sind geschafft, davon allein acht hier am Martin-Luther-Gymnasium. Musik Ihre Wege trennen sich. Danach Lehre, Praktika oder Studium. Die Pläne für die Zukunft sind vielfältig. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017